Hallo zusammen! Heute zeige ich euch die Übung Strettsprung aus unserem Bewegungs-ABC. Ihr stellt euch einmal aufrecht hin. Die Hände sind zusammen. Und jetzt werden wir mit den Händen von hinten die Schwung holen. Wir springen nach oben, strecken die Hände komplett aus. Und wenn ihr oben seid, die C spielt die Zeit nach unten. Okay, ich mach einmal vor. So, Schwung holen, nach oben springen und wieder landen. Ganz wichtig bei der Lama, die Beine sollten leicht angewinkelt sein, damit man eine stabile Lama hinbekommt. Ich zeige es jetzt mal von der Seite. So, ich hol mal Schwung. Beine zusammen. Und jetzt nach oben. Durch den Schritt und dann wieder zurück. Viel Spaß dabei!